Lass mich mal da hoch! Nein! Nicht! Ich will kein... Ohhhh! Ha! Nein! Warte mal! Hau mal deinen Katzen drauf! Alter, bist ja der Mensch. Oh, wieso? Warte mal! Ähm, stellt euch mal hier auf meinen Teil drauf. Sozusagen. Was hast du gemacht? Ah fuck. Bin ich magisch? Natürlich, ich bin ein Magier! Sehr gut, sehr gut! Was ist das? Ja! Ha! Denk dir wohl, Mann! Na super! Oh Gott! Du Arschloch! Der lacht sich gerade in den Arschab! Fickster! Verrängel! Stirb! Du Idiot, Mann! Sterb doch nicht wirklich! Oh man, wie das Spaß machen wird! Also, ich bin hier eigentlich der Beste, aber weil ich mit einem fetten Vollidiot spiele, der uns alle umbringen will! Das ist natürlich nicht so leicht! Die alle drängelt! Und wer hat jetzt best geschafft? Die Bursche! Ja, weil du die leichteste bist! Die leichteste! Oh Gott! Oh, Mann! Das ist schon vorbei, Mann! Unser alter Gandalf braucht mir wieder Hilfe, weil meine Knochen schon ziemlich alt sind! Du hörst jetzt auf, wenn diese Scheiße... Ah, die ist ja da! Ah! Interessant! Oh! Oh! Achtung, Achtung! Nicht doch! Geh doch weg, Mann! Ich hab kaum Mana! Komm näher an mich dran! Auf zu schießen! Okay! Hör doch auf zu schießen, Mann! Wie soll ich denn... Ah! Okay, okay! Ja, der liegt da jetzt in der Ecke! Mann! Wird das Spaß machen! Ich hab so'n Gefühl, wir schneiden die Scheiße aus und ihm neu... Hallo, wo bin ich? Woll ich mich auch? Du bist noch da hinten! Ah, okay! Ja, danke! Und ihr Spasten läuft halt wieder mal ohne mich weiter! Und weil ich Alpen mache, soll diskrimin... Ah! Verreggst du! Verreggst du! Nein, nein! Hör auf damit! Wir müssen da doch vorne durch, Mann! Wir müssen da vorne durch, Mann! Wir müssen da vorne durch! Das, da muss alles nach hinten, Mann! Du hast nicht filmen, Mann! Ich merke... Ich schiebe sie weg! Und letztes, komm näher an mich dran! Baby! Nicht jetzt schon das Denken! Oh, oh! Oh! Schwuchtel! Pesslige Frauenspieler! Und, komm! Alter, wie mir alles versaut, Mann! Meine... Fördermäßigen Super-Kisten-Skills! Und, komm schon! Nein, lass ihn! Und! Jawohl, Mann! Und, es gibt wieder Mana! Hör auf jetzt! Hör auf jetzt! Ich will... Werf mich fetter! Werf mich! Werf mich! Werf mich! Werf mich! Ja! Jawohl! Natürlich hat er so keine Chance! Zoom-Skelett hier! Jihau! Werf! Ah, das geht ja auch so! Und Mana für alle! Ohne! So! Komm! Gerade, die Idee! Wo ist nicht der Dicke da drauf? Nein, egal! jetzt mit seinem scheiß hochzeug angeht wann kriege ich endlich mein nächstes talent ich habe noch gar nicht gekriegt was auch schon zwei kisten machen ich will noch mal eine feuerpeile haben ach so und er kann das bewerfen ein kleiner Dialog zwischen unseren Helden und er wurde unterbrochen weil es ist die Geschichte und die Geschichte begann zu haben dann es macht Sinn unsere Säulen sind in diesem Artefakt und unsere physischen Bewerbungen sind nur im Hintergrund unsere Säulen die alte Sportliche Sache warum nicht du mir hörst das ist spannend und das ist der Weg dann sammelt nicht mein Mann in ihr und alle und alle und alle Was werden wir tun, wenn sie hier kommen? Es ist der schnellste Weg in den Kanzel. Verrückt mir. Richtig. Typen. Wie ich hier leide, Mann. Macht mal was. Ihr seht schon, ich hab's echt drauf. Stopp, stopp, stopp. Zauber, Magier. Mach mir mal eine Kiste, damit wir da hochkommen. Genau so soll es sein. Mach mal, mach mal. Jetzt hat man mich wieder hoch. Ich wollte mich mal halb sehen. Scheiße. Mach mal, gleich noch mal. Der Zack. Frick. Oh, da unten hab ich was entsetzt. Einer der Kisten schmeißen kann oder Kisten eben... ...dass man sich hoch... ...fälle putzieren... ...zaubern kann... ...nimmt das in unseren Trank aus... ...und danke. Au. Ähm... Ja. Keine Ahnung, hab mir... ...dass du wieder so, da hättest du dieser Waggon. Ja. Hab gedacht, es gibt Interessanteres zu labern, aber... Da oben ist was, warte. Ja. Wie würd's da hochkommen? Äh, du mit deinen Kisten... ...katt ich da hochzaubern. Äh, du hast dich. Komm ich einfach hier hoch. Ja, wär zu einfach, wenn die scheiß Kiste dreht dich. Du musst dann... ...laufen. Okay. Ja, du musst schon zu mir kommen. Mann, die Kacke ist nicht so... ...einfach. Ah, verstehe. Ja, komm. Ah. Fuck. Scheißegal, Mann. Ich hab kaum noch Mana. Bring den da hoch. Warte, wenn du hier rüberkommst... ...kann ich eine Kiste auf? Oder auch nicht. Scheiße. Nass doch fahren. Du musst hier rüberfahren. Und? Tot! Ach so, ja. Also, vielleicht noch genug Mana, um mich da hochzubringen. Ja. Ich denke... Ah, ich weiß, wie wir sind. Ich weiß, wie wir es nicht kriegen. Ich weiß, wie wir es nicht kriegen. Sterben! Wana! Wana, ich weiß, wie wir es nicht kriegen. Ich weiß, wie wir es nicht kriegen. Ich ständig ständig, mein...